willkommen zurück zu einem neuen display also eigentlich zurück sondern einfach zu einem neuen display seid mir gegrüßt ja rockstar games rockstar nors rockstar präsent ja rockstar ihr wisst bekannt für spiele wie ja halt gta und auch wird der problematischen und so weiter und der klassischen soundtrack ja es ist gta san andreas meine freunde ein lieblingsspiel haben ein absolutes spiel ich habe damals gesucht als er rauskam nur für diese konsole nur für dieses spiel habe ich mir eine playstation damals zugelegt ja ich hatte vorher auch schon ich habe noch ein paar andere ich hatte schon vor die rauskam aber da gab es mir nur dass ich mich bei halt angekündigt wurde das spiel dies hier ist wie gesagt die definitiv edition also sieht viel schöner aus haben wirklich gut überarbeitet auch einige obwohl ich auf live dinge und so weiter und aber dazu mehr im display ja ich hoffe ihr freut euch auch so wie ich ach es war ein so schönes spiel damals und jetzt noch mal wieder so schöner neue optik also war nicht neu arbeiten halt bessere optik zu sehen ein schärfere optik und so weiter und etwas ja etwas moderner halt und ja finde ich schon ganz cool exekutiv für die producers am hause ja das wird gut meine leute meine freunde ich glaube das wird richtig gut ja bis zum ja bis zum start des ps sein schau